Endlich ist Leru und Michi ins Asphäre angekommen. Von der Britannia-Hütte sind wir am nächsten Morgen losgelaufen Richtung Adlerpass zum Strahlenhorn. Und dann bis in die Monte-Rosa-Hütte rüber. Jetzt so recht wissend, was hier wirklich auf uns zukommt, sind wir am Morgen am Triffi losgeschwürmt. Am Gipfelabend waren wir doch nicht mehr ganz die Einzige. Nach gut 5,5 Stunden rauf und schaunen sind wir auch recht glücklich gewesen, als wir das erste Mal wieder den Ski anlegen konnten, die Pfähle weg lassen und einfach zu drab koppeln. Musik Und da haben wir noch das erste Mal gesehen. Der nächste Kalb, wo wir da rufen. Und da haben wir noch das erste Mal gesehen. Und die Tieffuhrspitze. Musik Und da haben wir noch die Tieffuhrspitze. Die Tieffuhrspitze. Die Tieffuhrspitze. Und da kommt es ja so in Sicht, das Hightech-Touchy à la Monte Rosa-Höppchen. Ich bin gespannt, wie es sich hier befasst. Am zweiten Tag gab es wunderschöne Filmaufnahmen, voraussetzt man hat noch Platz auf dem Iphone. Aber auch mit ein paar Impressionen von Fotos kann man recht gut zeigen, was diese tiefe Vorspitze so kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.